Königliche Institution von Hollywood. Die königlichen und adeligen Blutlinien haben enge Verbindungen zu Hollywood und der Unterhaltungsindustrie. Prinz Alessandro Ruspulli war auch ein Schauspieler in dem Film der Pate 3. Spielberg und der Pädophilie und Sexualstraftäter Kevin Spacey sind beide Ritter des britischen Empire. Steven Spielberg ist ein heimlicher Verwandter. Steven Spielberg? Der deutschen Adelsfamilie Oettingen-Spielberg. Krass, echt? Prinz Harry und Prinz William sind auf Fotos auf Partys mit Kanye West und Puff Daddy zu sehen. Puffi am Start. David Mayer de Rothschild ist eine Top-Autorität über das Kabbalah Center in Hollywood. Die königlichen Familien beaufsichtigen Hollywood und haben ihre Idole als amerikanisierte Könige gestützt. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lover Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Königliche Institution von Hollywood. Miese Hollywood-Recherche. Ich glaube, hier wird irgendwie so ein bisschen aufgezeigt, dass dieses königliche Blut, was ja auch angeblich in der Politik überall vorhanden ist. Es ist ja auch so, dass Leute behaupten in Schwurbelkreisen, dass alle amerikanischen Präsidenten miteinander verwandt sind. Dazu haben wir uns auch mal was reingezogen und die alle zurückzuführen sind auf königliches Blut aus England irgendwie. Hier will einer, glaube ich, uns zeigen oder sagen, dass die sich auch in Hollywood reingesneakt haben, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das gucken wir uns jetzt an. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentarchen, abonniert den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, geht der Peter los, Diggi. Und los. Königliche Institution von Hollywood. Die königlichen und adligen Blutlinien haben enge Verbindungen zu Hollywood und der Unterhaltungsindustrie. Die königlichen und adligen Blutlinien haben Verbindungen in die Hollywood-Industrie. Das ist schon ein spannendes Thema, Digga. Warte kurz. Was meint die mit schwarzer Adel, aber meint die damit jetzt Black Pope mäßig oder also die Jesuiten-Cousins wieder oder was das? George Clooney heiratete in Venedig im Hotel Amman Canal Grande oder im Palazzo Papadopoli, der früher vom italienischen Adel erbaut wurde und sich direkt neben dem Palazzo Giustiniani befindet. George Clooney lebt in Italien und ist mit Walter Veltroni, dem ehemaligen Bürgermeister von Rom, befreundet. Sie haben George Clooney zum zeremoniellen Oberhaupt Hollywoods gemacht. George Clooney ist auch mit dem italienischen Grafen Giovanni Volpi dei Miserata befreundet. Tarus Puli ist der Sohn von Prinz Alessandro Ruspuli und Tarus Puli heiratete und ließ sich von der Schauspielerin Olivia Wilde scheiden. Tarus Puli ist das pure Böse. Ja, ist das pure Böse, Digga. Da sind wir wieder bei der KI-Stimme, gell? Wer war die nochmal hier, Digga? Wo hat die nochmal mitgespielt? Ich kenn die doch. Der Sohn von Prinz Alessandro Ruspuli und Tarus Puli heiratete und ließ... Digga, wer war die nochmal? Die hat irgendwo mitgespielt, was ich mir mies reingezogen hab. ...sich von der Schauspielerin Olivia Wilde scheiden. Krasse Augen, gell? Ah, jo. Tarus Puli ist das pure Böse. Die sieht ein bisschen aus wie Elizabeth Keen, Digga. Ah, Dr. House. Ah, jo, Bro. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Dr. House. Ah, jo, Digga. Da kommt die her. Die sieht ein bisschen aus wie Elizabeth Keen, gell? Von Blacklist. ...böse. Prinz Alessandro Ruspuli war auch ein Schauspieler in dem Film der Pate 3. Die Schauspielerin Jack Krasse. ...heiratete den venetischen Grafen Gianluca Passidi Preposolo, der in Hollywood eine hohe Autorität genießt. Rita Jenrette ist eine ehemalige Schauspielerin und Fernsehjournalistin aus Texas und heiratete Prinz Niccolo Boncompagni Ludovisi aus dem Schwarzen Adel von Rom. Was meint die mit Schwarzen Adel von Rom? Steven Spielberg und der Pädophile und Sexualstraftäter Kevin Spacey sind beide Ritter des britischen Empire. Steven Spielberg ist ein heimlicher Verwandt... Steven Spielberg? ...der deutschen Adelsfamilie Oettingen-Spielberg. Krass. Echt? Harvey Weinstein ist ein britischer Kronretter. Aha, der Wichser. David Mayer de Rothschild ist auf Fotos mit Kevin Spacey und Sylvester Stallone zu sehen. Der Musiker Bono von U2 wurde zum Ritter des Order of the British Empire geschlagen und seine Tochter ist mit dem spanischen Adligen Diego Osorius... Steven Spielberg, Digga, Wichu. ...sammen. Der Adoptiv und Ehrenprinz Fried... Ach du Scheiße, die hat sich aber richtig entstellt, die rechte. Guck mal. Ich von Anhalt war mit der Schauspielerin Sazza Gabor verheiratet und lebt in Bel-Air. Prinz Harry und Prinz William sind auf Fotos auf Partys mit Kanye West und Puff Daddy zu sehen. Puffi am Start. Da haben wir ihn doch. Da ist er doch. Prinz Guido Torlonier ist mit Richard Gere und Tilda Swinton zu sehen. David Mayer de Rothschild ist zu sehen, wie er Sylvester Stallone freimaurerisch die Hand schüttelt und auch... Der gibt ihm einfach ganz normal die Hand. Die sagt freimaurerisch die Hand schüttelt. Ich küsse doch deine Zirbeldrüse, Mädchen, ja? KI, du musst ein bisschen locker bleiben. Du bist ein bisschen zu tief drin gerade in der Recherche. David Mayer de Rothschild ist zu sehen, wie er Sylvester Stallone freimaurerisch die Hand schüttelt und... So, freimaurerisch ist das. Siehst du das nicht? ...auch mit den Sexualstraftätern Kevin Spacey und Harvey Weinstein sowie Glenn Kloos verkehrt. David Mayer de Rothschild ist eine Top-Autorität über das Kabbalah Center in Hollywood. Prinz Lio Ruspoli nahm an einer Wahlveranstaltung von Harvey Weinstein teil und sein Neffe Tau Ruspoli war mit Olivia Wilde verheiratet, die mit Weinstein befreundet ist. Die Familie Berg mit Uehuda Berg ist die Leiterin des Kabbalah Center mit verschiedenen Sängern und Schauspielern als Mitglieder, darunter... Madonna, Ashton Kutcher, Demi Moore, Ariana Grande, Britney Spears und Justin Timberlake. Die Familie Borkhese ist der Top-Manager der Familie Berg. Das Kabbalah-Zentrum arbeitet mit der Scientology-Kirche zusammen... ...ist aber schon krass, ne? Wie viele Verbindungen da am Start sind zwischen diesen Königsfamilien und Hollywood. ...einer okkulten Organisation, die verdeckt von der DARPA gegründet wurde, und sowohl Kabbalisten als auch Skintologen haben elektronische Waffen, die sie zu... Skintologen, Digga, wehschu. ...Holter von Amerikanern verwenden. Arnold Schwarzenegger und Warenbuffet besuchten Bar... Guck mal her, mit Rothschild. ...und Jakob Rothschild vor einigen Jahren in seinem Haus. Nikki Hilton Rothschild ist ein Model und sie heiratete James Rothschild aus dem britischen Adel. Der Rapper G-Elektronika hatte eine Affäre mit Kate Rothschild und sie ist... Oh, what the fuck? ...britischer Artjäger. Prinz Frederik Windsor ist mit der Schauspielerin Sophie Winkelmann verheiratet und... ...die ist auch in irgendeiner Serie, die ich mir mies reingezogen hab. Two and a Half Men. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. ...die ist in der Serie Two and a Half Men mit dem Kabbalisten... ...manifestiert, Digga, hast du gesehen? ...echten Kutscher zu sehen. ...mit dem Kabbalisten echten Kutscher. Prinz Frederiks Vater ist Prinz... Oh, der sieht mystisch aus. ...er Ehe von Kent und er ist Großmeister des Ordens der Mark Freimaurer. Prinz Harry Windsor ist mit der US-Schauspielerin Meghan Markle zu... Die ist crazy, Digga, das ist die von Suits. Krass, die ganzen Mädels, die eingebendet werden, die hab ich mir gerade alle reingezogen. Digga, der ist mieser Mystiker, gell, guck dir den mal an. Der sieht aus wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein böser, äh, 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 Voldemort, Bruder. Bösewicht in den Herr der Ringe oder so ein Scheiß, Digga. ...der Mark Freimaurer. Prinz Harry Windsor ist mit der US-Schauspielerin Meghan Markle zusammen. Die britische... Die ist süß, die war, die ist süß. Schauspielerin Don Adams arbeitete in Hollywood und war die Mutter von Prinz Stefano Massimo. Der schottische Schauspieler Robbie Coltrane ist ein Ritter des britischen Empire und er ist ein skrupelloser Peiniger und... Miese Recherche. Die Schauspielerin Brooke Shields ist eine Nachfahrin der Familie Torlonia aus Rom durch ihre Großmutter, Prinzessin Marina Torlonia de I. Civitella Cesi. Die Familie Torlonia ist eine mächtige Bankiersfamilie, die eng mit dem Vatikan verbunden ist und ständig Führungspositionen beim Heiligen Stuhl inne hat. Donald Trump hat als Fern... Der heilige Stuhl. ...Personlichkeit gearbeitet und seine ehemalige Frau Ivana Trump war mit dem italienischen Prinzen Rofredo Gaetani aus dem römischen Schwarzen Adel zusammen, der auf... Krass, Bruderherz. Bruderherz, das sind schon miese... Heiliger Stuhl. Mein Stuhl ist auch heilig, Digga, glaub mir das. Das ist aber miese Recherche gerade, Mann. Wir sind tief drin. Ich mag die KI-Stimme auch nicht, aber das ist interessant, das ist interesting. Fotos mit Donald Trump zu sehen ist. Don Lorenzo Borghese vom Vatikan Black Mobility war in der amerikanischen Schose Bachelor zu Gast. Die US-amerikanische Schauspielerin Grace Kelly heiratete Prinz Rainier III von Monaco und war die Mutter des derzeitigen... Digga, das ist schon auffällig, Bro. ...tregierenden Fürsten Albert II von Monaco. Die Schauspielerin Monika Bellucci ist mit Fürst Albert II von Monaco befreundet. Die königlichen Familien beaufsichtigen Hollywood und haben ihre Idole als amerikanisierte Könige gestützt. Sie haben auch Hollywood durch die Scientology-Kirche als Waffe eingesetzt. Viele Schauspieler und Schauspielerinnen foltern Menschen in der Gesellschaft mit elektronischen Waffen. Prinz Mario Max von... Mind Control, Bro. Kaumburg-Lippe ist ein deutscher Adliger und arbeitet in Hollywood und arbeitet mit Nicole Kidman, Paris Hilton, Lady Gaga, Reese Wisserspoon, Thiela... Paris Hilton, wisst ihr noch? ...Dautner, Miley Cyrus, John Travolta und David Schwimmer zusammen. Auf seiner Website gibt es Bilder von ihm und diesen Schauspielern. Prinz Mario Max ist ein Psycho und eine hohe Autorität in Hollywood. Nicolas Cage wurde als Nicolas Kim Coppola aus der einflussreichen Coppola-Familie aus Hollywood geboren, die Nachkommen der Adelsfamilie Coppola aus Neapel, Italien, sind. Der Hollywood-Regisseur und Produzent Francis Ford Coppola besitzt den Palazzo Margherita in Süditalien. Die Capoloas arbeiten mit italienischen Mafia-Schauspielern in Hollywood wie Robert Zainero, Joe Peschi, Paul Sorvino, Frank Sivero und vielen anderen zusammen, die mit der Cosa Nostra verbunden sind und Schauspieler in Hollywood sind, die ständig Rollen von Mafiosi spielen. Beste, aber beste Schauspieler, sag ich dir ehrlich. Die sind krass, die Jungs. Die Filme hab ich gefühlt von denen. Diese alten Mafia-Filme haben wir jetzt noch drüber geredet, ne? Viele Mitglieder Hollywoods werden zu Idolen gemacht, um als Führer von Geheimgesellschaften zu fungieren und werden durch die Scientology-Kirche, die Freimaurerei oder das Kabbalah-Center in diese Gruppen eingeweiht. Hört sich ein bisschen stumpf an, von so einer KI gesagt, aber diese KI hat, also derjenige, der die KI programmiert hat für das Video, der hat schon auf jeden Fall mies recherchiert, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Robert Indamaur stammt aus italienisch-schweizerisch-österreichischem Adel und ist ein Schientologe, der die Scientology-Kirche und ihre Supermacht-Initiative finanziert hat. Der römisch-katholische und italienisch-polnisch-amerikanische David Miscavige ist... Bruder, wie viele Nationalitäten haben die alle? ...finanziert hat. Der römisch-katholische und italienisch-polnisch-amerikanische... Italienisch-katholische, römisch-polnisch-vatikanische, amerikanische... David Miscavige ist das Oberhaupt der Scientology-Kirche und ein Agent der römischen Familie Kolona, die ein altes päpstliches Königshaus des Vatikans und des italienischen Adels ist, die einen polnischen Adelszweig gegründet hat. Die Scientology-Kirche wurde auf den okkulten Lehren von Aleister Crowley und dem Ordo Templi Orientis gegründet. Krass. Alistair de Kelp. Der okkulte und alle Top-Mitglieder Hollywoods sind direkt im Mord, Kannibalismus, Menschenblöden, Sadismus und... ...verwickelt. Hollywood-Schauspieler bringen Menschen Opfer, um ihre Loyalität zu beweisen, um große Filmrollen zu bekommen. Die Royal Society und ihre Übergeordnete... Davon hat Kanye auch mal geredet, ne? Es gab mal JungsInnen, die so in die Richtung auf jeden Fall Dinge gesagt haben. Die Royal Institution, die Royal Institution, sind Geheimgesellschaften oder private Organisationen, die von der britischen Peerich geleitet werden und sich mit dem Studium der Wissenschaften befassen. Prinz Edward, der Herzog von Kent, leitet heute die Royal Institution und der Biochemiker und britische Ritter Richard Sükis ist der Vorsitzende der Royal Institution und ein Fellow der Royal Society. Die Royal Society ist eine ältere und ähnliche Gruppe, die auf der Grundlage der Lehren des wissenschaftlichen Okkultisten Francis Bacon, des ersten Viscount von St. Albarn, gegründet wurde. Nach der Gründung der Royal Society gründeten sie die Royal Institution, die vollständig vom britischen Königshaus und Adel geleitet wird, mit Prinz Edward, dem Herzog von Kent als derzeitigem offiziellem Oberhaupt, und... Crazy, Dicker. Nimm noch eine Medaille mehr, Bruder, jetzt kannst du einmal drüber über die Brust machen. ...leitet auch die Großvloge von England. Angelina Jolie wurde von Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. Krass, echt? Die Royal Society und die Royal Institution beaufsichtigen die Entwicklung elektronischer Waffen, die den menschlichen Geist und die Biologie hacken. Diese britischen Gruppen arbeiten heimlich mit dem Silicon Valley, der Scientology Kirche und dem Kabbalah Center zusammen, um okkulte Lehren über Hexerei, Alchemie und andere Formen der Zauberei zu entwickeln und mit der Elektronik zu verschmelzen. Mitglieder des Silicon Valley haben zusammen mit der DARPA die Elektronik in der Gesellschaft als Waffe eingesetzt, basierend auf okkulten Lehren, die sich in das Gehirn und die Physiologie eines Menschen hacken können. Okkultisten, die im Hacken und im Umgang mit dem Darknet geschult sind, können diese Programme aktivieren und Menschen ins Visier nehmen. Diese Programme sind alle in algorithmischem Code versteckt und die Frequenzen, die von der Elektronik und den drahtlosen Frequenzen ausgestrahlt werden, sind für das Auge unsichtbar. Die, ich sag dir ehrlich, die sagt viele wahre Sachen, es ist einfach so. Es ist, es ist, es ist, es ist so. Wir werden definitiv beeinflusst über Frequenzen und alleine über die Sachen, die wir uns im Fernsehen reinziehen oder über die Musik, die Filme, die Serien, die ja alle mit Hollywood auch zusammenhängen und mit der Musikindustrie so. Weißt du, hat hundertprozentig einen Einfluss auf das. Auch mit TikTok und so. Sag ich dir ehrlich, wir werden unbewusst gehalten. Wir werden mit diesen Dingen programmiert und werden zu Zombies gemacht. Siehst du, da draußen fast nur noch Zombies am rumrennen. Weißt du, es hört sich immer crazy an. Auch wenn das mit so einer KI-Stimme kommt, hört sich das so stumpf an, aber da steckt schon viel dahinter, was stimmt. Ich sag jetzt nicht, dass alles true ist, aber viele Sachen, die die gesagt hat, sind auf jeden Fall Fakt. Viele Mitglieder Hollywoods, durch die Scientology-Kirche und das Kabbalah-Zentrum, foltern Menschen in der Gesellschaft durch diese elektronischen Waffen. Hollywood-Schauspieler denken, dass jeder sie anbetet. Sie alle sind Narzissen, die ihre eigenen Fans verspotten und erniedrigen. Sie spionieren jeden in ihren Häusern mit Scientology-Waffen aus. Sie verwenden elektronische Waffen, um den Tod von Menschen, einschließlich ihrer Fans, zu verursachen. Sie sind alle krank. Da ist es halt so ein bisschen einer zu viel gesagt, finde ich, weil ich glaube nicht, dass jeder damit involviert ist. Vielleicht versuchen die jeden damit reinzubekommen, aber es gibt auf jeden Fall noch einige Leute in diesen Industrien, die da nicht mitmachen wollen, die nicht mitmachen, aber die dann auch zu kämpfen haben. Die dann auch auf mysteriöse Art und Weise verstehen. Digga, da ist ein Käfer, der liegt einfach auf dem Rücken. Bruderherz, was machst du? Steh mal auf jetzt. Digga. Ich habe hier einen Käfer, der springt hier die ganze Zeit rum. Und jetzt springt er von oben runter und legt es auf dem Rücken und struggelt, konnte nicht aufstehen. Habe ihn aufgehoben. Habe ihn aufgehoben. Auf jeden Fall gibt es Leute, die dagegen arbeiten oder die nicht mitmachen wollen, aber die haben auch mit hartem Gegenwind zu rechnen. Er hat Breakdance gemacht. Ich schwöre, der hat diese Dinge gemacht auf Rücken und dann Drehen. Kennst du? Spitze der NWO. Fast alle großen Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen sind Kinder, Kannibaren und Blut. Ja, das muss ich ein bisschen zensieren beim Hochladen, sag ich dir, so wie es ist. Veröffentlicht am 23. November von It's Real Zeus. Der Cousin hat das gemacht, oder was? It's Real Zeus, Digga, ich küsse deine Zähne. Bro, das Ding hat keine Views. Keine Ahnung, wie das in den Discord reingekommen ist. Es hat zwei Daumen nach oben. Keine Views. Der Kanal hat 30 Abonnenten. Aber ich hab mir gedacht, wir gucken uns zusammen, weil ich fand es schon interessant. Und diese Verbindungen von diesen ganzen Königshäusern in Hollywood und so, das ist auf jeden Fall schon eine miese Recherche, meine lieben Freunde. Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.